Leute, heute ist der große Tag gekommen. Heute ist das Finale der Basketballwoche. Und weil das ein besonderer Tag ist, könnt ihr heute zusehen, wie ich meine Basketballkünste auskoste. Ja, ja, ich kann auch Basketball spielen. Jetzt passt auf, hier sind drei geniale Punktetreffer. Seht ihr? Jetzt passt gut auf. Und... Okay, der erste ging daneben. So, diesmal mit der rechten und wieder daneben. So, diesmal klappt's. Wow! Und gleich nochmal. Fokussieren, fokussieren. Ah, verdammt! So, mit Ruhe und Vernunft. Yeah, schon wieder drinne! So, einen schaffe ich noch, einen schaffe ich noch. Wow! Er zielt und trifft! Boom, Baby! Ach, Nicky, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Dafür sind einfach zu viele gute Spiele bei dir drauf. Und es geht los! Oh, kacke! Die Gegner kriegen hier den ersten Punkt. Oh, verdammt! Diesmal muss ich mich anstrengen. Okay, ganz ruhig. So, so, so. Und er ist drinne. Ausgleich! Oh, die Gegner führen schon wieder. Was ist los mit mir? Oh, daneben! Verdammt, Korra! Jetzt reißt es sich zusammen! Okay. Verdammt! Warte, gleich habe ich genügend... Gleich habe ich Energie wieder für meinen Special Move. Ich muss nur noch kurz warten. Warte, den mache ich aber vor die Hinten. Und Bäm! So, aber jetzt konzentrieren. Da kommt, Asami! Verdammt! Ich glaube auch nicht trotzdem. Yeah! Und wir führen wieder. So, verdammt! Das kann ich steil... Oh, komm, Asami! Jetzt! Drei Punkte Wurf! Drei Punkte Wurf, meine Damen und Herren! So! Oh, ihr versucht es uns wegzunehmen, aber wisst ihr was? Das gelingt euch nicht! So! So, und Special Move! 13-6, meine Freunde! 15-6! Oh, nein, 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 nein! Ah, verdammt! Daneben! Oh, verdammt! Dieses Spiel dauert, glaube ich, diesmal länger als die üblichen Partien. Oh, verdammt, 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 verdammt! Oh, crap, crap, crap! Ja, 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 ab, hier, Kopf! Ah, verdammt! Und 18-8! Der nächste Treffer entscheidet für uns. So! Und der Siegestreffer, hier kommt er! Verdammt! Ah, 20, wir müssen doch noch einmal! Und das ist der Sieg für uns! Der Megawurf entscheidet! Asami, Paula, ich bin stolz auf euch beide! Danke für alles, wirklich, danke für alles! Ja, und das war jetzt die Basketballwoche. Mein Schickiro-Nehmtrikot werde ich jetzt die nächsten paar Tage mal wieder auslassen. Der Basketball kommt zurück in den Keller. Und ja, auch das Michael-Jordan-Poster muss wieder ab. Entschuldigung, Michael-Jordan, aber es muss sein. Jedenfalls, auch wenn es mir wenig Klicks gebracht hat, hat es mir dennoch Spaß gemacht. Denn wirklich, diese Spiele waren eine Besonderheit. Abgesehen von Online-Daygames.com, das war absolut irreführend. Wie auch immer. Aber ich bin ja ein guter Mensch. Und dementsprechend wird Michael-Jordan so entsorgt, wie es beim Basketball mag. Mit einem Wurf! Okay, diesmal keine Fehler machen. Diesmal geht der Wurf beim ersten Versuch rein. Und? Er zielt und trifft! Yeah! So macht man das, Leute! Das waren sieben wundervolle Videos, sieben wundervolle Tage, vier wundervolle Spiele. Und was am wichtigsten ist, ein wundervolles Publikum, ihr. Ihr, die mich unterstützt habt, danke. Danke nochmal für alles. So, das war's mit der Basketballwoche. Aber keine Angst, die nächsten Themenwochen starten schon bald. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!